Meine Damen und Herren, top, die Wette gilt! Dürfen wir mit dir reden, Friedi? Ein bisschen? Ja, er ist konzentriert, aber das Publikum darf mitfiebern. Also wenn Sie... Das muss genau passen. Ihr werdet jetzt sehen, was passiert. Es ist wirklich unglaublich. Ja, die erste ist aus. Friedi, noch drei Minuten Zeit. Vorrück. Vorsicht, bitte, liebe Weihnachtsmänner, ihr dürft die Kerzen nicht verschieben, bitte. Ja, Kameramän, gute Bilder, aber die Kerzen nicht verschieben. Zwei Minuten 40. Wenn er runterfällt, ist der Spaß vorbei. Nicht davon sprechen. Das ist unglaublich schwer. Noch brennt sie. Ja! Und da ist sie aus. Die war schon fast aus. Friedi, noch zwei Minuten 15. Friedi, du bist gut in der Zeit. Nimm dir Zeit. Wir wissen, das ist jetzt die schwierigste für dich. Ja. Denn der Weihnachtsbaum hier ist schön weit entfernt. Ja! Aus. Sehr gut. Oh, bleib oben, bleib oben. Noch 1,50 Zeit, Friedi. Du bist gut in der Zeit, aber immer diese Schrecksekunde am Ende, wenn er sich wieder auspendelt. Eine Minute 30. Ja! Sehr gut. Sehr gut. Unglaublich. Sehr gut. Dass man so, dass man schon auf einem Seil stehen kann. Das ist ein Wunder. Ach, das macht ja. 1,10. Noch 2. Eine Minute. Das wird jetzt spannend. Er sagt, es ist die schwerste Position hier vorne, weil es nicht mehr richtig pendelt. Ja, 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 ja. Sehr gut. Friedi, lass dir Zeit. 30 Sekunden noch. Du bist gut in der Zeit. Rudig einen Moment aus, zwischendurch. Ist abgesehen. Mein Gott, macht das der Friedi, das ist spannend heute Abend. Jetzt wenig. Noch 15 Sekunden. Komm, Friedi. Genau. Das muss ja weiter vorkommen. Friedi. Friedi. Das muss jetzt sitzen. Friedi. 10 Sekunden noch. 9. 8. 10. Sch. 1. 1. 1. 1. Komm, mach es. Oh, bei, ja. Unfassbar. Was macht der da? Was macht der da? Was machst du da? Was machst du da? Wahnsinn. Vorsicht. Ihre Brille ist runtergebrochen. Oh, meine Hände. Gänsehaut. Gänsehaut. Gänsehaut.